Als ich erfahren habe, dass wir dieses Jahr den Erwin Schrödinger Preis erhalten, habe ich mich natürlich furchtbar gefreut. Dass das Team an sich ausgezeichnet würde für harte Arbeit und langjähriges Forschen. Es ist eine pure Gefühl der Euphorie, den Schrödinger Award zu gewinnen. Eine wunderbare Rekognition für das interdisziplinärische Arbeit, das wir haben geschafft. So, was wir hier haben, sind zwei Mäste. Beide dieser Mäste haben eine hohe Fettdietung bekommen und sie wurden obese. However, this mouse you can see, is much heavier and he did not receive any compound as opposed to this mouse here, which received our compound, which shows that at least in mice, our compound works to lower body fat mass. Übergewichtige Menschen sind keine disziplinlosen Menschen, die jetzt permanent nur essen. Übergewichtige Menschen haben meistens eine Entgleisung ihres Hormonhaushaltes, die es ihnen erschwert, Nahrung in einem normalen Rahmen zu sich zu nehmen. Es gibt ja leider heute immer noch kein Medikament, mit dem man erreicht, dass bei massiver Fettleibigkeit tatsächlich 10, 20 Kilogramm verloren werden können. Wir glauben jetzt, dass wir mit diesen Molekülen, die gleichzeitig verschiedene Hormonwirkungen in sich vereinen, in diesen Bereich kommen können und tatsächlich ähnliche Erfolge erzielen können, wie man sie bei der Magen-Bipass-Operation sieht, allerdings ohne den Patienten aufschneiden zu müssen. Each hormone that is capable of reducing body weight is the equivalent of a key to a door. And what we are accomplishing is the building of a master key, where one key can open multiple hormonal doors to maximize the ability to lower weight. Ohne die chemische Genialität von Richard DeMarkey wären keine dieser Arbeiten wirklich möglich gewesen. Ich glaube auch, dass die Helmholtz-Gemeinschaft da besonders gut positioniert ist, weil wir mit so vielen verschiedenen Disziplinen naturgemäß zusammenarbeiten und dann im Zusammenarbeit mit der Universität tatsächlich größere Projekte bewegen können, als das in kleinen Teams möglich ist. The idea of combining GLP-1 and estrogen or the combination of a peptide hormone with a nuclear hormone, it's something that took longer to nurture. Others in Matthias' group had called it science fiction at first. This had not been achieved to that point in time. And quite frankly, most pharmacologists and certainly most chemists had not envisioned marrying these two different forms of chemistry, large molecules, small molecules. The first rodent results came in. They looked very good in terms of body weight loss, but we always had in the back of our mind, it's estrogen, it's all about safety. That key moment was the studies with Dr. Stemmer and in her elegant studies we showed that we can limit those hallmarked toxicities of systemic estrogen action. Und das war natürlich ein toller Moment. Das bedeutete natürlich, dass unser Wirkstoff sicher ist, also dass er kein krebserzeugendes Potenzial hat. Und wir glauben, dass diese Medikamente hoffentlich in den nächsten fünf Jahren, vielleicht auch sieben Jahren zur Verfügung stehen. Und da warten wir noch auf klinische Daten. Präklinisch sieht das aber schon sehr erfolgsversprechend aus. Was dieser Schrödinger-Preis natürlich für uns bedeutet, ist, dass er uns ein Signal gibt, und dass wir diesen Weg interdisziplinär zwischen Chemikern, Toxikologen, Pharmakologen, Medizinern zu arbeiten, in der Zukunft weitergehen sollten, dass die Richtung stimmt.